hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video overwatch hier auf meinem kanal op glück oder können wenn es win und los geht's kein problem bleibe ich oh cooler faser weiß ich gar nicht ich glaube nicht wollte ich aber haben ja wollte ich haben das outfit wollte ich auf jeden fall haben das leider nicht aber ich bin es cool ich glaube es heißt auch kohlefaser ja kohlefaser ist irgendwie geil weil das meistens so schön düster ist düster aha batman ein problem kleines das machen wir doch gerne los ah sie haben auch so ein schild nein die haben einen winzen nein die haben einen winzen nein ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht geh weg mit deinem elektro schocker hier war doch irgendwie jemand oder jemand hat mich doch attackiert müssen wir eigentlich machen punkt einnehmen boom ah den punkt einnehmen nein 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 hilfe ich bin tot mein mech ist beschädigt mein mech ist beschädigt komm wir müssen auf mercy auf mercy mercy oh nein hier ist ja gar keiner von mir ich dachte hier ist ein teammate von mir ich war der einzige das war ja ihr er hat mich sogar aus meinem mech geschossen auch man das war ja keiner aus meinem team da ist ja auch falsche richtung ah komm mal her low los leute wo seid ihr nein winzen die weg winzen äh ich sehe gerade nichts wo ist winzen alter der affe geht nur auf die eier wenn der bei mir so gut gewesen wäre ah wo ist mein team wo zur hell ist mein team bin ich der einzige der hier vorstürmt ach komm schon leute spielt doch mit der riesen affe hat mich gerade tot getasert und aus meinem letzten video aus meinem erfahrungswert ist das ein sehr schwacher taser aber ja effektiv auf lange sicht alter die drücken uns komplett zum startpoint zurück ich wollte gerade sagen ich muss sie doch killen oh man lucio stirb doch mal das ziel gehört mir na endlich team mercy komm runter ja ich weiß dass ich den rabbit habe eigentlich warte ich auch noch aber egal oh man jemand hat winzen zurückholt böse mercy böse mercy der winzen ist viel zu aggressiv viel zu aggressiv gut gemacht team gut gemacht yes wir haben den ersten punkt wir haben den punkt komm wir machen den lucio platz ja 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 ich will zum nächsten punkt wo ist der nächste punkt hier rechts rechts oder ja äh bin ich blöd ach jetzt müssen wir die die pracht oh nö ich idiot ich dachte es gibt mehrere points ich muss mich einfach nur die pracht begleiten oh hi winzen nein 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 oh winzen sieht mich nicht ja sehr gut du passt hier nicht rein du Ape ja wer schießt auf mich aaaaaaah ihre mercy ah ne das ist unsere mercy ok ja komm und los gehts weiter gehts gute runde gute runde gute runde ok wir schaffen das wir schaffen das wir sind das beste team der welt sicher ja 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 bisschen leicht seitlich damit ich jetzt dort schutzschild nehmen kann ja sehr gut team der beschießt mich ok ich hab meinen mech dann wollen wir mal äh ja das sah jetzt ganz komisch aus war ein bisschen verkehrt sah das aus ja weiter wir haben den punkt alter winzen geht mir auf die eier ups zu früh oh trotzdem ein doppelkill nein 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 ich schlafe hilfe mein gott ich hab so leicht panik aber alles ok oh ihre mercy greift uns an danke mercy ich schwöre ich hab das gar nicht gedrückt das war aus Versehen ja wir schaffen es wir schaffen es wir schaffen es mein team ist genial ich komm nicht drauf äh ja mein team ist genial geh weg alter winzen was ist der winzen alter wie schnell kann denn der affe sein ja ja wir haben es wir haben es wir haben es komm wir machen jetzt auch nochmal platz hier und dann war es das ja 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 kurz davor kurz davor ich treffe nichts ich hab ne belohnung für was ich hab was mit teebeutel alter winzen ok ich krieg jetzt grad gar nichts hin jetzt alter der affe geht noch die eier ich hab ne 22er killstack geil hatte ich das schon mal du wirst wieder belebt danke 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 ey die paar sekunden schaffen wir noch ok ich hab was vor ich tut mir leid na komm schon jetzt ist doch hier Luft rein damit und 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 sind wir drin nein wo bin ich denn wo bin ich denn hin gefallen da ging es runter Hilfe da wann geht es denn da runter ah ja ohne scheiß da hab ich noch nie drauf geachtet ach komm schon so kurz vorm Ziel na los ey das müssen wir doch schaffen das ist wirklich kurz vorm Ziel jetzt ohne scheiß oh nein 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 ah ok immer voll drauf Mist ich sterbe ey das schafft das gibt's doch nicht wir waren so kurz vorm Ziel die drücken uns zurück das kann man nicht glauben so kurz vorm Ziel und die drücken uns komplett zurück was gibt's doch nicht naja zwei Minuten können wir noch umcampen und dann ist es vorbei oh was ist zu denn hier ja ey die machen jetzt voll angegriffen damit wir nicht zurückgeschlagen können Winston geh weg ey geh weg ich bin eine kleine zarte Frau ey es gibt's doch nicht die schaffen es wirklich noch uns zurückzudrängen ey alter ehrlich komm schon ich brauch den Rabbit ah noch 70 70% komm schon 43% nein ich brauch den Rabbit komm schon den Rabbit könnte ich jetzt Luft machen dann könnten wir nach vorne marschieren naja das ist ein langes hin und her aber ja natürlich was ist jetzt los hä was war das denn es gibt's doch nicht ich versuche zu attackieren und bin tot yo da wär's schon wieder runtergegangen scheiße ich wär doch schon wieder gefallen das gibt's doch nicht was soll das das sah so gut aus die waren so kurz vorm Ziel jetzt drücken die uns einfach nur zurück wie heißt das wirklich mein Gott ey 41 Sekunden ach schaffen wir das noch ne 30 Sekunden haben alles auf eine Karte komm schon gib mir nochmal den Rabbit den verdammten Rabbit nein das gibt's doch nicht ey ich geb mir Mühe ich geb mir wirklich Mühe ich versuche gut so um das Ding so rumzujumpen aber okay okay wir haben Bastion komm schon komm schon nein Verlängerung Verlängerung ja 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 los 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 na los los ich hab ein Bot wieder ja und ich hab den Rabbit los 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 komm voll ins Ziel voll ins Ziel voll ins Ziel das schaffen wir ein langer Kampf ein langer Weg aber ja na los komm ein paar Meter schaffen wir noch es ist Verlängerung los mach das Leute los los ja 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 komm schon komm schon das war Verlängerung das war ein harter Kampf nein nicht noch wieder nein 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 ey wir haben uns den den Sieg mehr als verdient jetzt komm schon Alter das ist so eine lange Runde ich hatte noch nie so eine lange Runde wir haben es geschafft yes ich hab das noch nie so eine lange Runde bei diesem Modus gehabt geile Sache danke fürs Zusehen ich wünsche dir einen schönen Tag einen guten Morgen und einen noch besseren Abend ich bin hier mit raus piee Jungen I I I I I I I Untertitelung des ZDF, 2020